Willkommen zu einer neuen Runde Age of Empires Heute zeugt mir ein Colosseum Colosseum World War Ich habe die Portugiesen genommen Gehen wir schnell auf Muskeltiere Hier Ich lege das nicht so sehr Wir haben einmal hier in Briten neben mir Hier ist ein Osmaner Ein Osmaner Portugiesis gegenüber von mir Und noch ein Osmaner Ja, meine Aufgabe ist es so schnell wie möglich Kills zu machen und immer einen Vorsprung gegen meine Gegner zu haben von Truppen Dann gehen wir mit einfach raus Was macht der? Was macht der? Was ist der im Lauf? Ah der Sprit? Dann geht der auf Langbogen oder auf Rotrücken? Ich glaube wenn er auf Rotrücken geht habe ich keine Chance gegen meine Muskeltiere Wenn die Muskeltiere Ich glaube das hat ja die besten Muskeltiere Die Rotrücken sind die besten Muskeltiere Die stärksten glaube ich In Age of Empires glaube ich Ich bin mir nicht sicher Aber Ich muss auf die Osmaner aufpassen Zwei hier Ich glaube das ist jetzt Ich habe den Ich habe den Oh oh Zieh mir jetzt ein bisschen zurück, vielleicht kommt der Mitte Die Sockeme eine Sache Get ready Die Sockeme Die Sockeme Die Sockeme Die Sockeme Die Sockeme Die sockeme Ich schieße sie auf Bildet immer eine lange Anker, das ist gut, dann können die Truppen mal schießen Aber wie mehr hängt, wird es ein bisschen mehr mit den Truppen Weil ich stück auf W, d.h. frei schießen Und dann bewegen sie sich auch, schießen, zielen die Truppen auch einzig an Da sieht man, ich habe einen kleinen Vorteil an Truppen Oder? Ne, auch nicht Ich bin jetzt ausgeglichen, weil er jetzt verstärkt und schickt hat Grün kommt auch noch von hinten, links zu mir, der Osmaner Sich bei Kills zu klauen und mich zu ärgern Guck, guck, hij, guck Läder sind nichtOO6 Jetzt sind wir drei eigenen�otto Er versucht mich zu ärgern mit dieser Hit-and-Run-Shit. Jetzt kann er sich aber abschmücken. Nicht bei mir. Irgendwas. Ich versuche mir den Lila ein bisschen auszuholen. Ich glaube, der spielt nicht so. Ich glaube, der spielt nicht so. Ich bin ein bisschen als Soldat zu programmieren. Das, was ich mache, ist auch nicht gut, aber ich brauche Kills. Ich bin auch unter Druck, glaube ich. Ich bin auch mit der Osmanie. Was mit Orangeavolt? Was ist denn? Hat er auch jemanden? Was ist denn? Ich bin ein bisschen auf. Aber ich glaube das gewinne ich Okay, jetzt kommt Orange auch Okay, General Nuss Aber ich muss jetzt schauen wie er jetzt ist Oh man, der kommt zu mir auch noch Weg 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 Kommen alle zu mir mal Verdammt Ja Ihr könnt mit Neben Von Jetzt unter ον Ähm, wir haben gleich Kassadores und ich gehe da, komm, komm, sind wir zurück mit ihm, weil wir müssen ja einen kleinen Vorteil haben und wenn wir die Musketieren gegen seine Musketieren kämpfen, haben wir kein Vorteil, weil der Drohtrücker. Ich kann mich irgendwo hinschicken, verstecken. Ähm, an Bord können eigentlich auch Kils machen, ja. Oder? Oder? Bäh! Bäh! Schauen wir mal, ob ich einen Slag zu Level komm. Und es lag wieder wie die Sau. Damn it! Uh, lagging. No. Not. Me. Ja, sollen wir da schon zwingen? Not. Me. Das ist? Ich glaube, das ist doch Paolo, oder? Oh, jetzt gibt's noch kostenlos Kills. Ja, kippt mir raus. Ich glaube das ist Lila. Oh, perfekt für mich. Jetzt gibt's noch kostenlos Kills. Ja, jetzt gibt's 3 Kills aus Haus. ja 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 Oh man, das liegt immer noch nicht so einfach Ich gehe mir hier ein bisschen unter, um unsere Vorteile auszutzen Ich gehe an die Chan Ich kann nicht nur Kills machen Oh man, die am Blasting Oh man, das ist schon bei einem Punkt Das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh, oh Oh, oh Oh man, die können so ein bisschen kommen, wenn ich ein Problem Dann haben wir schon ein bisschen ein Problem Da mit zwei, 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 zwei Okay, alle gegen General Nussi, oder was? Schicken wir mal die schnell zurück Okay, ist das Pelaide? Oh, I protect you, okay, we should see I'm ready, okay, we should see Das ist ein Seaf-Signal, aber... Ich werde die Flächen zu. Ich werde die Flächen zu. Oh, das Ding! Oh, der hat... Bronzovisten schon so schnell. Waspürst du kill? Waspürst du kill? Waspürst du? Waspürst du? Tenälte dagenque! Von da herre 어떻게! Doe! La astronautsанре? Waspürst du Crew... Waspürst du? Ich bin so gut, ich bin so gut. Oh man, das ist ein starkes Druck. Oh, oh, ich muss immer den Kabeler zum Kongress. Nein, 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 zurück. Was machen die? Oh, das ist ein starkes Druck. Oh, das ist ein starkes Druck. Ihr steht. Oh Gott. Zoom. 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 Verbreitet nicht auch. Zoom. 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 Das war's für heute. Oh man! oh preparado leur boxe um Qual ist deine claws? ZEREC! Qual ist dein Fault? ZEREC! 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 Was ist das? Oh, da ist ein Mann. Er wird mich als nächstes angreifen. Oh, okay, das weiß ich. Jetzt müssen wir hier helfen. Weil, wenn ich ein bisschen helfe, dann kann ich ein bisschen killt und Zeit schicken. Ich muss das nicht mehr machen. Das mit diesen Fieden ist nicht gut, aber was läuft mit Fieden? Ich will das eigentlich nicht machen, aber... Okay. Okay, okay, das weiß ich nicht. Ah, scheiß drauf, das sind Stärme, oder? Oh, boh, die Kitzkampschmeinigung. Oh, das ist schon mal. Oh, das ist schon mal. Oh, das ist schon mal. Das war's. Oh, hoffnich. Okay, das heißt ich nämlich zurückziehen. Hoffnich hab ich Kanonen. Und? Scheiße, die haben keine Kanonen. Scheiße, ich hab keine Kanonen. Oh, Mann. Damit. Wirklich? Scheiße. Vergiss das, Alter. Wir haben keine Kanonen. Dann verlor's. Damit. Wir haben keine Kanonen. Scheiße. Was soll ich damit jetzt? Anfangen, keine Kanonen. Ich kann es versuchen. Was ist das? Ich habe eineige Zeit für mich. Was ist der Mehrheit? Was ist die Das war dann? Ich habe eine Waffe größte. Waffe ich einen? Nein, ich habe einen. Preparado. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. 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 Volte. Sim. Solo que o general. Colou-se. Seu só que foi. Sim. Não tem chance. Sim. Qual é? Sim. Sim. Ich werde ihn abholen. Ich werde ihn abholen. Was ist Ihre Lage? Wenn du ihn verbunden, ich werde ihn abholen. Jetzt wo ich... Ja, das gewinne ich nicht mehr. Halt das. Ja, das gewinne ich nicht mehr. Let's set me right here, let's call me right on Oh my god, I keep the hoof GG Ash, keep the hoof Oh my god, I keep the hoof Keep the hoof Keep the hoof? Oh my god, I've never seen it Yeah, no, I keep the hoof Oh my god 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 Here there are also into two Topsus und auch noch General Nuss und noch Johannes. Ich habe gewonnen, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.